Hallo, ich bin Tamara Jäcki. Ich bin das Talent des Monats von Noseryang. Ich bin Mediamatikerin im ersten Lehrjahr und ich zeige heute, was ich so gemacht habe. In den letzten Wochen konnte ich viel über Video und Fotografie lernen und mich in diesem Bereich verbessern. Letzte Woche hatten wir eine Fotowoche, in der wir jeden Morgen einen neuen Auftrag bekommen. Nach einem kurzen Meeting konnte ich meine Ideen aufschreiben und ein Konzept erstellen. Und dann konnte ich auch schon mit Fotografieren anfangen. Nach dem Fotografieren geht es um das Bearbeiten der Bilder. Ich habe gelernt, einfache Beauty-Retouchen zu machen, aber auch surreale Veränderungen an einem Bild vorzunehmen. An Noseryang schätze ich, dass ich in kurzer Zeit sehr viele neue Dinge lernen konnte und darum jetzt viel selbständiger arbeiten kann. Auch wenn ich mal Hilfe brauche und ich weiterkomme, kann ich immer auf die Unterstützung der anderen Mitarbeiter zählen. In meiner Zukunft möchte ich mich noch weiterentwickeln und vielleicht auf einen Bereich spezialisieren. Was mir wichtig ist, ist, dass ich die Lehre gut abschliessen kann.